Wir sind in Pepelow direkt am Salzhaft ansässig und das Besondere ist natürlich die Nähe zur Ostsee bzw. zum Haft und die schöne Umgebung. Das Ziel meiner Tätigkeit ist es, die Diaspect Division voranzubringen als Medizingerätehersteller. Die Geräte machen möglich, dass man nicht sichtbare Teile des Lichtes sichtbar machen kann, um dem Arzt eine bessere Diagnose zu ermöglichen in seinem Anwendungsgebiet. Die Technologie nutzt einfach die Aufspaltungsfähigkeit des Lichtes, da das Gewebe oder die Substanzen, die wir erkennen wollen, unterschiedlich mit dem Licht interagieren. Der Arzt kann aus diesen Parametern sehen, wie die Durchblutung an welcher Stelle des Körpers dann entsprechend ist. In der Entwicklung stellen wir die Geräte her und dann werden die Geräte auch hier zusammengesetzt und dann entsprechend verpackt und ausgeliefert. Das wird alles im Haus gemacht. Also der Standort Pepelo ist natürlich besonders schön. Man kann einfach da arbeiten, wo andere Urlaub machen und das ist eine wirklich sehr schöne Sache.